Guten Morgen, ich bin Francesco Turatello. Heute zeige ich Ihnen einen Anhänger aus der Autotransport-Serie F, genauer gesagt das Modell F30. Der Anhänger hat drei Tragfähigkeiten, 800 Kilo bei 3.000 Kilo Gesamtgewicht und 2.200 Kilo Genutzlast bei 3.500 Kilo Gesamtgewicht für das Modell F30. Unsere Anhänger sind mit einer praktischen vorderen Klappe ausgestattet, die das Be- und Entladen des Materials sowie das Kippen des Fahrzeugs ermöglicht. Sie ist äußerst nützlich und erleichtert den Arbeitsablauf.